Dann würde ich sagen, quetschen wir irgendwie noch ganz schnell E rein, eingemauert. Es sei denn, das wird zu lang, aber ich denke nicht. Wobei... Baba is you, Skull is Skull and move and swap. Was? Skull is Skull and move and swap. Is Stop, haben wir da unten? Wall is hot, Skull-Kicke is push. Flag is win, Baba and Tex is melt. What the hell? What the hell? What the hell? Okay, warte. Pff, nee, das zerstören wir dann nur. Ähm... Okay, ich will zwar nicht tun, aber ich muss ja mal was ausprobieren. Also... Pfff... Keke... Ja, was ist Keke? Keke ist ab. Und dann ist Keke Skull. Er macht das kaputt. Und dann... Skull is Skull and move and... Nö, er hat da vorhin hier... Was zerstört? Swap. Hat das zerstört. Was können wir dadurch machen? Mein Gehirn ist auch gerade ein Melt. Weil ich es nicht verstehe. Hilfe! Okay, ich hatte hier echt absolut keine Ahnung, was zu tun ist. Ich habe die Lösung eingeschaut und... Wow, das ist echt smart. Also, das ist wirklich echt, echt smart. Was wir tun wollen, ist... Wir wollen... Jetzt, wo die Wand... Ähm... Für uns tötbar ist, aber für Keke nicht, weil wir Keke... In die Wand schieben. Ja. Jetzt wollen wir einen Push nicht mehr. Das kann weg. Jetzt gucken wir nach oben. Okay. Und jetzt... Keke... Ist Skull. Und weil Skull... Ja, Swap ist... Können wir... Achso. Können wir mit ihm Swappen. Aber bevor ich das mache, muss ich erstmal... Die Wall Stop machen, damit es nicht mehr heiß ist. Genau. Jetzt sind wir in der Wall drin. Aber wir können einfach rausgehen. Auch wenn es Stop ist. Und dann sind wir durch. Wow. Also, einfach... Einfach... Wow. Daumen hoch wäre ich nicht gekommen. Aber ja, willkommen zurück zu... Baba is you. Ich weiß, ich habe die Folge irgendwie... Irgendwo mit dran angefangen. Wie auch immer. Letzte Folge hat sich mal reingepasst. Deshalb ist es kurz beendet. Und ja. Wir haben hier noch... Auf jeden Fall mehr als 5 Level. Die wir noch machen müssen. Hier in dem Forest. Also, fangen wir direkt an mit Level 8. Sieg im Freien. Ja, also siegen wir hier auf jeden Fall. In dem Spiel. Baba is you. Wall is top. Keke is right. Soll das heißen, er ist... Er ist rechts. Also, er guckt nach rechts. Oder soll das heißen, er hat recht. Keke is right. Er hat recht. Keke is smooth. Keke und Afer liegt da. Warum? Flower is defeat. Okay, wir haben jetzt Flower. Und Keke bewegt sich. Was wollen wir machen? Okay, wir haben rechts einen Win-Button. Wir müssen irgendwie von der rechts zurück nach links gucken. Wir bleiben, Baba. Also können nicht Keke werden. Ja, ich glaube, ich verstehe es. Wir müssen auf jeden Fall es hinkriegen. Das... Was macht er denn jetzt? Achso, weil er nach rechts guckt. Okay, Moment. So, damit darf ich sich nicht mehr bewegen. Jetzt muss er nach oben gucken. Das killt mich aber. Ist aber nicht so schlimm. Weil, was wir tun können, ist... Keke is... Keke is ab. Ja. Will ich nicht... Ich glaube, ich würde doch erst mal... nach oben kommen. Da mich umdrehen. Und dann irgendwie nach unten schauen können. Aber ich kann doch gar nicht nach unten schauen. Was ist, wenn Keke von Anfang an Blöcke mitnimmt? Also, es ist ein Is und ein Keke. Keke is win. Und dann läuft er hier wieder zurück. Und da habe ich gewonnen. Ich muss erst mal das, was ich die ganze Zeit... Was heißt die ganze Zeit? Was ich jetzt gerade versucht habe. Ne, das hilft nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Logikfehler. Ich will das... Also, entweder ich will, dass Keke mir den win... Ich glaube, den win-text nach links bringt. Oder ich will Texte von hier links nach rechts bringen, damit er das da hinstellt kann neben mir. Zum Beispiel, Keke is win. Doch, das funktioniert. Warte mal, das funktioniert. So, stopp mal. Ja, zu, zu, zu weit ist er. Ist auch noch zu weit. So, das sollte passen. Keke, möchtest du das hier für mich tragen? Ja, okay, dann ist er gut. Das trägst du mal bitte für mich. Kann auf jeden Fall machen, Keke. Moment. Falsch. Keke ist ab. Hilft nicht. Aber was ich meinen kann, ist auch Keke das Buch in der Richtung. So, wo kriege ich den anderen Block nicht mehr wieder. Okay, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Und was unser Ziel ist, ist tatsächlich den Text zu uns zu bringen. Also, ich hatte eigentlich schon die richtige Idee. Und vielleicht die falsche Umsetzung. I don't know. Äh, falsch. Äh. Ja. Wir wollen Keke is ab machen. Das ist richtig. Keke is ab. Ja. Keke is move. So, dann riecht er den ganzen Tag nach oben und oben und oben und oben und oben und oben. So, Keke, wie wärs, wenn du jetzt wieder right bist. Und dann nicht mehr ab. Ja. Und dann bist du move. So, Moment, jetzt muss ich das richtig timen alles. Das Keke bricht im Moment. Aufhört. Okay. Dann. Kick is up. Kick is move. Und jetzt hör auf, up zu sein. Jetzt bringt das nämlich nach unten. Ja, warte. Ah, ein Schritt weniger muss möglich sein. Indem ich das... So mach. Und stopp. Auch wenn das ein guter Film ist. Und jetzt haben wir es eigentlich. Glaube ich. Jetzt bringt das nämlich hier rüber. Und das war's. Jetzt machen wir noch... Keke. Und dann sind wir durch. Oh nein. Ach nein. Ach nein. Jetzt steht er genau da. Oh, unlucky. Das war einfach unlucky. So, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Ja. Wir können wir überhaupt... Keke is you. Keke is you. Belt is shift. Aufmerksamkeit. 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 So, dann kann ich das rausschieben. Äh, nee. Ich muss das anders angehen. Ich muss das anders angehen. Aber... So ungefähr... Schätze ich mal. So, jetzt funktioniert. Huh. Wieso? Achso. Oh. Okay. Das funktioniert. Cool. I guess. Pff. Was? Warum funktioniert das? Das war so nicht geplant. Nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist noch nicht geplant. Wait. Verdammt. Das ist noch nicht geplant. Das geht nicht. Ich will ja hier unten lang, um das Wind wegzuschieben. Dann will ich da oben lang, also... Hier. Damit ich das Wind nach unten schieben kann. Dann zu Baba ist Wind. Dann bin ich durch. Jetzt muss ich nach unten rechts kommen. Zwei Flaggen. Hier sind drei Hindernisse. Klar ist hier noch ein Ist, aber... Hä? Hilft das? Ich weiß es nicht. Okay. Wie schlecht... bisher. Ich glaube, so will ich das haben. Aber ich habe... Ah! Das ist da oben nervt. Black ist... Black ist... Bush. Nein. Ah, falsch. Ja. Nein? Nein! Ja, nein! Also... Ah! Jetzt komme ich hier zwar durch... Ah, aber der ist halt dort, ne? Ich bin da anders dran. Ich bin mir sehr sicher, ich bin da an der Lösung dran. Aber ich habe noch ein bisschen was vor mir. Das ist ja ganz toll jetzt und so, aber... Jetzt ist das halt... Das ganze Ding hier ist stuck. Aha! Jetzt habe ich es, glaube ich. Ja! Ah! Und jetzt habe ich es. Was? Nein! Nein! Das heißt... Die Flags dürfen gar nicht das... Die Flags sind nur zum Reinschieben da. Die sind gar nicht dafür da, um überhaupt die Lücken zu füllen. Das heißt... Die Wörter müssen die Lücken füllen. Ah, was mache ich denn beim Dritten? Hm... Hm? Flag ist push. Zack! Ja, und jetzt komme ich nicht mehr weiter. Ach, Mann! Ne, ich komme nicht mehr weiter jetzt. Oh, mein Gott! Und ich bin gerade so sauer, weil das so einfach ist eigentlich. Also... So... Die beiden Flaggen werden für hier unten genutzt, um ihn rauszuschieben. Dann... So... Ja... Und jetzt... Ja... Irgendwie doch super einfach, wa? Oh Gott! Das ist einfach nur unangenehm, wie ich das nicht geschafft habe. Na ja... Na ja... Na ja... Einstürzender Flur-Bonus-Level noch! NEIN! NEIN! Och... OCH, NÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! ich erspore euch das ganze hier die lösung also das ist richtig so wie es schon im anderen level richtig war was wir jetzt tun wir ignorieren den hier einfach und schieben flag ist push hier durch komplett durch so dass alle beiden buchstaben dort sind und wisst ihr was jetzt können das ist auch hierhin tragen oder das ist einfach dorthin tragen also jetzt habe ich aber unten vergessen das jetzt habe ich vergessen das dahin zu tragen das können wir vergessen nicht den wind knopf hier raus zu pushen und habt ihr ein problem so will ich das gleiche so okay wir haben noch eins zwei drei vier fünf ja ich denke nur mal zehn können noch machen denn den rest sparen wir uns für nächstes mal auf ein reizendes haus haben wir gefunden im wald ein reizendes haus love and door ist stop key ist open door ist shut flag is win baba is you key and rock is push text is float water is sink also ziemlich der standard rock rock is key kann ich hier machen da haben wir ein key so dann haben wir jetzt ein key key ist push können wir jetzt machen den wir das so machen genau jetzt können wir das hier aufsperren und jetzt müssen wir irgendwie noch da rauskommen ja wie ihr seht die herzen ist eine wand und das ist etwas das wir zerstören kann das wasser also müssen wir irgendwie herausfinden wie wir das wasser zerstören können ich habe das gefühl das hat irgendwas damit zu tun dass wir den stein zu einem stein machen und dann wieder zu einem stein machen und dann den durch können oder so was was könnte sein weiß ich nicht key is you hm äh hilft das irgendwie ich meine okay das kann ich hier baba rausnehmen und sagen baba ist rock und sagen baba ist rock aber das hilft halt nicht aber das hilft halt nicht oder? okay ich habe mir nur mal halbwegs die lösung angeschaut und ich glaube ich jetzt verstehe ich es ich habe schon richtig gedacht und ich muss was hier mit baba machen warum sollte baba ist so hier drinnen sein und nicht groß sein wie alle anderen es sei denn man muss damit was machen und das war auch richtig so und zwar push ist es mir kaum illegal was wir machen können ist und 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 ist baba oder wir müssen es erstmal zu rock and key machen es kann doch sein dass es rock and key ist Moment ich fix das mal oder was heißt fixen ich probiere mal aus ob das so ein logischer ist für das Spiel ne jetzt können wir doch machen dass jetzt haben wir zwei babas ach ne halt ich habe es falsch rum sorry so key äh key and ne key key proc typ ne rock andersrum ja jetzt weiß ich es rock is key mid baba genau aus irgendeinem grund zählt das dann woms ach verdammt das darf ich nicht Restfreak aktivieren ok warte das villa dasци map chevieren scheinbar ja ja ok ok jetzt muss ich mich alles gleichzeitig aktivieren zack weil dann wenn rock ist hier ein baba gleichzeitig aktiviert wird nicht eins und wieder vor haben wir ein baba und einen key also machen wir was dupliziert ich glaube jetzt ist relativ eindeutig was getan werden muss denn wir machen jetzt hier ist busch und pushen diesen key dahin wo wir ihn haben wollen ich mach es mal so ja und jetzt können ein baba sich hier opfern damit der andere aber hier durch kommt wow ich hoffe die folge war nicht zu lang und ich hoffe jetzt bock fürs nächste mal noch wer wir spielen doch noch mal ein zweiter weiter ich habe gesehen die aufnahme ist zu kurz und ja supermarkt ist somit das letzte was wir noch machen zumindest von den grünen feldern hoffentlich kommt er da nicht noch ein bonus 3 oder so supermarkt supermarkt was gibt es denn hier zum einkaufen oh oh gott rock is push baba is you belt is count belt is shift aber auf jeden fall belt is right ok das könnten wir machen flag war win is wall is wall and stop was was ok ich könnte rumreiten wie ich will ok wir wollen flag is win aktivieren und dann links irgendwie reinkommen und hier ist ab was will ich überhaupt machen im level also ich kann hier hoch und dann bin ich hier stark außer ich gehe hier lang das geht auch nicht wieder muss ich belt is right dann ist jetzt jedes belt right wie wir uns hier durch bewegen so seitlich ja ok aber das hilft jetzt irgendwie auch nicht weiter da könnten wir vielleicht mit dem stein hinkommen aber das müssen wir ja noch gar nicht müssen ja erstmal irgendwie nach oben kommen und irgendwie die wörter wegschieben müssen es irgendwie schaffen erstmal die wörter wegzuschieben hilft der stein da muss doch aus dem grund hier sein ich kann in dem stein kurz sein aber das hilft nicht ich kann ihn hier hinschieben und das dann ja toll dann ist doch um ein stein und mehr ist dann nicht ein stein super na gut also ich könnte es ein bisschen spannender machen indem ich den stein hier in stelle das macht ja auch nichts ich denke das level überhaupt nicht also wirklich gar nicht ich sehe keine lösung egal was wir machen das ab kriege ich nicht weg niemals im leben egal was wir machen selbst wenn wir eine lösung finden hier durchzukommen hilft das nicht weil flag ist noch gar nicht aktiviert und egal was wir machen ich komme hier nicht an diese wörter dran das heißt ich fühle mich jetzt einfach wieder gezwungen wieder nachzuschauen ich weiß ich auch super oft nach aber das ist nicht schon einfach das jetzt der moment ok ich habe nur mal angefangen zu schauen und hat gesehen wie wir weiter machen können und zwar wie wir anfangen ist welt ist ab machen dadurch aber diesen nice dance hier und dass sie können wir drüber schieben seitlich so jetzt haben wir ab und was das für uns bedeutet keine ahnung ich weiß nur dass wir jetzt das hier verschieben können was okay ich glaube was wir machen müssen ist den stein da hoch schieben aber so schnell wie möglich hier rüber rennen und da hoch gehen bevor naja wisst schon alles zugeht wie mache ich das denn ich schiebe den da einmal lang und der ist schon vorbei jetzt komme ich nie wieder durch was zur hölle warum kann ich das weltweite machen was hilft es weltweite was zum ich habe mir mal die lösung angeschaut und ich kann es euch wirklich nicht erklären ich habe mir auch schon überlegt so was ähnliches zu machen also sprich dass wir erstmal right alles machen und dann diese buchstaben hier nach drüben schieben aber auf die art und weise habe ich nicht gedacht dass das gemacht werden soll also hier haben wir schon viel platz und da können wir schön unsere wörterchen hinstellen ja was soll ja gut ich jetzt auch nach oben schieben ist auch mal egal so wie funktioniert das frage ich mich aber ich weiß mal einfach die lösung und versucht dann zu verstehen wie das funktioniert das hier ist die lösung erwartet noch nicht die lösung jetzt ist die lösung ich glaube das rolle ist weit ist einfach nur damit dass das hoch schiebe und das hat gar keine keinen sinn ich glaube das soll ein hinweis sein wie ich das machen soll der stein ist nur dafür da und damit das right links rum geht so dann ab und dann gehen wir ab wir gehen ab ja ok fragt mich am besten einfach gar nicht ich weiß heute trotzdem eine kürzere folge ich hoffe trotzdem es hat euch gefallen beim nächsten mal machen wir dann auf jeden fall diese welt hier zu ende bis dann beim nächsten mal